Willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Auf hier, auf hier, auf, auf, auf hier, auf hier, auf. Wo ist das Ding? Ich mag's nicht. Kaputt. Gut. Hm. Ach nö, noch ein Ding. Ich glaub wir waren ein bisschen weiter irgendwo stehen geblieben. Oder sind wir hier jetzt verzweifelt? Na egal. So. Hier gab's nix mehr? Okay. Okay. Wir gehen jetzt mal hier rauf. Er will uns nicht lassen. Okay. Okay. Gut, verstehe. Hier vorne war ja der unsichtbare Weg, oder? Der unsichtbare Weg, ja. Hier war der unsichtbare Weg. Was bringt das denn was, wenn ich... Hier eine Hute drauf tue? Sein Wertrecht rausfinden, würde ich mal so sagen. Handzeig da lang. Da lang will ich gönnen. Da lang kriege. Nein. Geht nicht. Wir können nicht durch, aber mit unserer Waffe... Ähm... Gas... Gleich kaputt mache. Gleich kaputt mache. Gleich kaputt mache. Können wir hier irgendwie abkürzen, oder nein? Oah... Wieeee... Oah... Cool. Fertig. Gut, geschafft! Habe bedeutet... Ein wiki wiki! Ah, jetzt müssen wir da rauf, okay. Verstanden! So, hier rauf, da rüber. Noch einmal kurz auf die Uhr glotzen. Und sich dann aufregen, dass man auf die Uhr geklotzt hat. Aber es ist ja nun mal wichtig, dass wir die 20 Minuten hinkriegen. So, dass ihr einigermaßen anständig viele Videos bekommt. Und wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwo in diesem Satz gelogen. Nein! Ich bin unter dem Hasenkopf vorbeige... ...erHe hoje stund dadurch fixed. Und dadurch bin ich gestorben. Heißt, wir müssen jetzt nochmal wieder da rüber... Grrrrrrrrr... ...das ist grrrrrrisch! Dann machen wir mal hier genau die Plattform nach oben. So hoch wie möglich, damit es uns nicht normal passiert, dass wir hier mit diesem Hasenkopf der Verdammnis sterben. So, jetzt kommen wir da durch. So, was haben wir denn hier? Also da drauf. Schnurzel. Ich schnutze. Knauze irgendwo hier. Knauze irgendwo da. Knauze unter mir? Nein. Auf, Geräusche zu machen, mich verwirren. Knauze! Ja, ich kann mich an die Stelle auch noch erinnern. Hier an den Wart. Wart. An den Wart. Ich wollte Fahrt. Ich hänge fest. Ich wollte Fahrt sagen und sagen Wart. Nö, da oben sehe ich auch nichts. Okay, wenigstens weiß ich jetzt, wie ich da rüberkomme. Ah, wo ist die Schnauze? Mach mich kirre. Da, ich sehe sie schon. Ich habe sie gesehen. Ich komme mal nicht da hin. Achso, hier ist der unsichtbare Weg. Doch, Schnurzel sagt. Wir wollen schon mit dem richtigen Mittel schnauzisieren. Ein Trank. Mehr nicht. Naja, immerhin. Lalalala, tipsy-lalapop. Oh, oh. Kamera. Das war Kameramord. Versuchter Mord. In der Öffentlichkeit. Durch eine Kamera. Ey, da, da, sie hängen schon wieder an derselben Stelle fest. Nein. Das schaffe ich nicht. Aber das ist kacke, dass sie an derselben Stelle festziehen. Lauf. Man bleibt diesmal nicht an derselben Stelle hängen. Nein, ich bleib nicht an derselben Stelle hängen. Ich bring mich um. Ich habe sie gezeigt, wie der Maus ist. Ich kann mir richtig schön vorstellen von ihr. Noch einmal kurz so machen, dass ich das sehe. Oh, Wunder der Technik. Sie hängt noch nicht fest. Was will man mir damit sagen? So. Ja, ich habe es schon verstanden. Lass mal machen. Rotten. Mit Sonnenbrillen. Grüßet. Ah, okay. Ich war unaufmerksam. So. Kurz gucken. Nix. Nein, ganz knapp. Au. Ich bin auch ein Schmetterling. Papi sagt immer, ich bin ein Schmetterling. Dann machen wir es halt so. Ähm. Äh. 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 Ich kann mich nicht entscheiden. Ich schere. Und wieder Sachen, die runterspringen. Das Geräusch der Schere nervt keinen bisschen. Mein Beep, 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 Beep auch nicht. Jungen Gesichtskopf. Boah. Es war geplant. Habt ihr auch gesehen, oder? Ah, okay. Ringen Sie, sag was. Das Wunderland zu rennen, bedeutet dich selbst zu rennen. Oh, gut. Klug. Das ist eine Weisheit, die müsste ich mir merken. Ah, da muss ich rauf, okay. Okay, ich bin kein Organschänder. Sagt ihr das Spiel. Biep, 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 Biep. Ich weiß, was ich machen soll. Nein, ich will es aber nicht. Oder? Muss ich da rein? Knochen. Au, da sind Stacheln, die habe ich nicht gesehen. Wir sind zu weit. Ähm. Das war zu schwer. Moment, ich habe es geschafft. Scheiße, dann macht es keinen Sinn, das zu sagen. Lass mich in Ruhe. Wenn ich nicht traffe, dann lässt es mich natürlich in Ruhe. Plup, plup, plup. Plup, plup, plup. Plup, plup. Oh mein Gott, war das nicht schwer. Boss Time. Nein. Baby Time. Mit Babys. Moment, das sagte ich doch bereits. Abgetreten, Babys. Besser so? Tap, tap, tap. Ich drücke doch tap. Warum wirkt tap nicht? Mann. Ha, perfekt über die Wand. Ich bin ein dummes Baby. Baby Born. Dein kaltes Herz wird vernichtet. Ich bin ein dummes Baby. Und tot. So. Hand. Wink für mich. Äh. Kling. 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 Ladevorkommen. Wir sind wieder in einem kleinen Haus. Für Puppen. Die Treppen und Stufen sind kacke. Zäh. Vernichte, was dich zu zerstören droht. Vernichte, was dich zu zerstören droht. Ich vernichte, was mich zerstören droht. Mal kurz gucken. Sonst gibt es hier nichts Unsichtbares. Hey, warte doch. Oh. Hey. Gehörgang. Versteht ihr den Witz? Gehör. Gang. Nicht lustig. Leider. Oh. Wir hatten wenig Leben. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine. Gehörgang. War es nicht er, den man nicht besiegen konnte? Ah, jetzt funktioniert die Tapfel. Das hast du wieder. Gehör. Hey, du. Wir fahren mal eine Runde im Kreis. Hey, du. Willst du mir was erzählen, Herr Sase? Huh. Was ist nicht der Märzhase, oder? Ja, weiß es ist auch nicht. Erfolg! Gut. Ja, habe ich. Aber ich nehme trotzdem gerne dieses... Halb... Ein Viertel Rosenblatt... Dings... Bums... Oh, meiner wäre ich runtergefallen. Aus Unwissenheit... Unwissenheit... Pass auf die Uhr gucken. Okay, dann machen wir jetzt hier einen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder, wie wir in diesen Puppenkopf reingehen und weiter hochkommen. Also, bis gleich!